Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer kleinen Runde von Human Fall Flat zusammen mit Nackte Dado! Hallo! German Let's Play! Die Lippe! Hey! Und Zombie! Hallo! Meine Damen und Herren, wir haben am heutigen Tag einen ziemlich kranken Parcours vor uns. Ob wir das schaffen werden? Man weiß es nicht, aber... Hui! Ah, ich bin tot! Ich schaff das! Ich schaff das easy! Zack! Oh Gott! Oh Gott! Und ey, wir sind Götter! Ich hab' mich aber festgehalten, ich bin nicht mal gestorben. Ich auch! Dreh mich nochmal! Ja, hab's geschafft! Oh Gott! Ach so, du bleibst einfach drauf und dann läufst du wieder, wenn du... Schau' ich auf! Schau' ich auf! 2 Meter auf! Da ist er! Halt dich fest! Oh! Geschafft, Alter! Nein! Maudado! Ist egal! Der hat eh nur Hose an! Falls Ihnen ein paar Wochen eine Folge bei Maudado kommt... Maudado hat sich nämlich angezogen! In seiner Folge war ein kleiner Nackte Dai! Ja, das stimmt! Alter, ich hab's geschafft! Alter! Warte! Ich komm da auch dran! Huah! Achtung hier drüben! Das ist sehr laut! Ich hör' hier nichts mehr! Was? Es ist sehr laut hier! Okay, warte mal! Ich muss rechtzeitig abspringen! Jetzt! Halt dich! Wollte nur festhalten! Ja, ich hab's! Oh! Auf 1% runtergedreht! Und jetzt! Perfekt! Ja, sehr gut! Du kannst dich langsam runterhangeln auch noch! Und? Schluss das! Jetzt! Palette Power! Ja! Ja, ich hab's auch! Den ersten! Den ersten! Okay, ich glaub an dich! Zomel, warte noch kurz! Ja! Jetzt! Jetzt! Pass auf! Und? Bist du bereit? Ja! Dädädädä! Dädähdäääh! Däädähdeäääh Dää... Uhhh! Alter! Nicht schlecht, Bruni! Ja, danke! Ja. Du, und jetzt noch der Nächste. Ich glaub zome Blopped mich! Ja, ich hab auch das irgendwie vor! Ich glaub an dich! Oi! Nicht schlecht! Achtung, Manu! AAAAAA! Aua! Ich hab's dadurch, in die safe-zone. In die safe-zone! Ich bin auch in der safe ... Ohとか von so viele verletmen! Komm mit! Warum haltet ihr mich alle fest? Er hat mich in die unsafe Zone gemacht. Ich muss zur zweiten Safe Zone. Ich schaff's, ich schaff's. Halt ich an so'n Ding fest, Manu, wenn's nicht wegkriegt. Ja, halt dich vor. Oh, Alter. Oh, nein. Jetzt. Nein. Okay, Konzentration, Pedissel. Oh, ne. So, warte mal. Da sind alle. Und jetzt. Jetzt. Jetzt einmal Safe Zone und warten. Oh, nein. Und jetzt. Ja, wir schaffen's. Und. Ne, ich warte noch mal. Ja. Und. Jetzt. Oh. Oh Gott. Oh nein, stopp. Warum hast du so früh umgedreht? Wer hat die Dinger geblockt? Oh Gott. Nein. Nein, nein, nein. Manu hält die manchmal in der Mitte fest beim runterfallen. Ach so, deswegen bringt er die auf den Tag. Jetzt. Oh nein, ich war so weit. Als ob. Oh Gott. Somebody do it. Ich warte die zwei mal ab. Boah. Ich bin beim letzten. Ja. Ich hab's. Sehr gut. Ich hab's gesehen, wie du's hast. Sehr gut. Mal gucken, ob ich's noch schaffe oder ob ich. Ja, ich glaub an dich. Okay, danke. Ich nicht. Ich liege. Ich bin noch in der Safe Zone. Oh, Safe Zone. Eins. Zwei. Was? Wieso kam denn noch einer? Ja. Die Mittigen. Ja, genau. Die Mittigen sind enger beieinander. Wir müssen noch länger warten. Ja. Ich schaff das. Guck mal. Hallo Leute. Ich zeig dir was. Jetzt. Hallo Leute. Ich bin oben drauf. Hallo Leute. Hier, grab mich. Nein. Nein, nein, nein. Der eine hängt an dem Rad und der andere an dem. Was macht ihr denn hier immer für Sachen? Ui. Ja, macht Spaß. Hi Tombei. Hi Morado. Hallo. Hi Tombei. Hi Morado. Ach, ja warte, ich fang mich. Hi. Hi Emil. Hab dich. Hilfe. Können wir so abkürzen? Ja, wahrscheinlich. Au, au, au. Aus meiner Perspektive sah das aus, als hätte ich dich so weggeschossen. Das war schön. War es aber nicht. Oh. Äh. Hi Tombei. Wann versehen. Okay, im richtigen Moment springen Palette. Im richtigen Moment. Jetzt. Jetzt. Jetzt nicht. Und jetzt. Aber ich lass mich einfach hochfliegen. Nee. Tschüss. Tschüss. Hey. Heppa. Oh. Und jetzt. Habs. Gut gemacht. Danke. Leute, ich hab's geschafft. Menü in falsche Richtung. Bin ich zurückgelaufen? Ja. Echte. Oh mein Gott. Ich dachte, das war ein Scherz. Nein. Ich dachte, das Sommer hängt aus Spaß. Hä. Hä? 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 Willst du damit zum Arzt gehen machen? Warum? Ich bin ja nie den Weg gegangen. Ich hab ihn resettet und hab dann nur vor mir diese Dinger gesehen. Und auf dem Okay. Klasse, Weltklasse, PDS League! Oh mein Gott! Oh, oh Gott! Ja! Ja! Sehr gut, Menjel! Ich fang, komm! Brauch ich nicht schon! Komm, wir waren wieder durch den Ventilator! Wir gucken uns Modaro jetzt an! Äh, wartet! Achso! Der hat mich geschlagen! Warte, warte! Es war niemand in deiner Nähe! Ich glaub dich mal richtig! Warte, dein Arsch ist ja unantastbar! Kannst du mal... Ja, warte! Nein, nein, richtig hinstellen! Achso! Hab ich dich? Ne! Ja, der war gut! Oh ja! Ich will da nur rüber! Ja, jetzt hab ich dich! So möglich! Aber auch nicht am... Bin ich ganz so frei! Was machst du? Jetzt hab ich dich! Ja, okay! Nein! Oh Gott, was macht man hier? Du, hier, hier, da wo wir stehen, rein! Muss ich reinschleudern! Sehr ultra cool, aber auch schwer! Ähm, first try, easy! Ja, bei mir auch! Komm, wir gehen davon kommen! Ja, die können, die können nix! Wir holen denen mal den Checkpoint! Ich will das probieren! Hallo! Schaffen das sonst nie! Sorry, das ist... Hey, der hat mich weggehört! Wir werden ja auch noch ein Leben! Oh! Ich darf's noch einmal probieren! Ui! Also, wir können ja nix dafür, dass die so langsam sinken! Das stimmt, ja! Was machen wir hier? Äh, wir müssen das ausrichten und dann wahrscheinlich... Ah! Auf diese Dinger jeweils drauf! Aua! Warte, wir richten das auf das erste... Und? Zack! Ja! Aua! Ui! Oh Gott, Alter, man fliegt viel zu weit! Obwohl, war gar nicht so weit! Mich ausrichten! Das war schon! Ich hab's geschafft! Tommy wollte wieder zu dem einen Ding! Hier, Leute! Ich schleudere mich zurück! Ich bin hier oben! Nein, das geht nicht! Was? Hallo! Oh mein Gott! Ach, stimmt! Ja, das... Das ist echt smart! Er hat sich da einfach so rüber geschossen! Dreh nochmal weiter! Dann können wir nach links gehen! Hast du Mordado gesehen? Ist da? Ja! Ich weiß, wo er ist! Nee, ich wurde resettet! Sieht ultra lustig da aus! Ja, ich seh's! Nee, nee, wir... Ich komm nochmal raus! Ich komm nochmal raus! Ja, klar! Dass das... So ist, was wir machen müssen, aber... Ah, ich hab's! Ich hab das erste! Ah, sehr gut! Okay! Dann... Das zweite Ziel anvisieren! Warte! Zweite Ziel... Anvisiert! Und... Hast du geschaut? Hä? Ich bin einfach losgelassen! Oha! Treffer! Treffer zwei! Da richten wir weiter aus! Oh, nee, das war viel zu hoch! Nee, nee, das schaffste! Oh! Oh! Das war richtig knapp! Nee, nee! Du hast es geschafft! Nice! Dann ist nur noch einer! Einer ein bisschen weiter rechts unten! Jaaa... Stopp! Buiiii! Viel zu weit! Oh, au! Oder nee! Fast! Fast geschafft! Ich hab dich ein bisschen gebremst! Ey, Palette, komm! Wir beide! Okay! Ich flieg! Ich flieg! Ich flieg nicht! Lass einfach rein und los! Ich treff! Ich treff! Ich treff! Ja, sehr gut! Ja, die Tür ist offen! Go Palette! Das ist dein Moment! De-de-de! Oh! Was ist das? Achso! Hat dein Verweyen ein Checkpoint aktiviert? Da muss man rein! Nein, nein! Zu spät! Gebremst, ja! Lass mich los, bitte! Nein! Du hast dich gerade gefreut, dass du gebremst hast! Hülse! Oh Gott! Nein! Ich bin hier auch ausgefallen! Ach man! Ich bin hier ganz alleine! Hallo, Scheiitz! Äh, gehen wir! Warte, jetzt kommt er und... Oh, hallo! Nein! Sorry! Ja! Oh Gott, was war das? Und jetzt durch hier. Hilfe! Hi Freunde, was macht ihr hier? Der grubbt deine Hüfte. Ui! Nein! Ich hab gar nichts gemacht! Was machen wir hier? Warte, wir warten, dass wir jetzt gleich rechts können. Nein! Zombie! Ich bin noch da! Aber meine Arme sind verknotet. Lass den einfach da, der hat mich geopfert. Ich hab dich nicht geopfert. Doch. Wir sind alle da. Ich nicht, hallo? Wir sind alle da. Du Gierlacken. Er schnappt sich die Beute halt. Ich seh Maudaro, aber wo ist der fettige Gierlacken? Ich komme! Ich geh da nicht rein. Oh Scheiße, das war dumm. Ich brauch deine Hilfe. Du kannst ja laufen, wenn du über oben bist. Jetzt laufen wir ein paar Meter. Ich komm wieder. Ja, ich schaff's! Easy win! Ich mach, glaub ich, die Challenge. Die Arschgott Challenge. Und go! Geh doch! Ah, man muss sich da an so'n Ding festhalten. Okay, okay. Alter, lass mich los! Bitte! Ich hab Angst zu stehen! Ja, ich hab den Ball! Okay, dann einfach nur schwingen. Was macht Zombie? Ach so muss man das machen! Ach so, ja schwingen und dann loslassen. Oh Scheiße! Falsche Richtung. Ich komm nicht an den Punkt an, weil ich zu niedrig bin. Ja, ich werd's schaffen, ich werd's schaffen. Hab's geschafft! Sehr gut! Und? Ja! Ja, ich hab's auch! Guck, was ich hab hier? Ach, das ist die Box, die wir bis zum Anfang bringen müssen. Ah, okay. Tadaaa! Was, die Kiste müssen wir mitnehmen? Ja! Wir brauchen irgendeine Kiste, damit wir das am Ende dürfen. Ja, ich helf dir! Au! Ich block sie! Oder ausweichen! Takeshi's Castle! Hallo, was mit Manu? Warum hilft der nicht? Weil er ein egoistischer, einäugiger Gollum ist. Nee, ich helf euch doch! Ich helf euch doch die Bälle zu besitigen! So close! So, ey, Achtung! Das ist so, wie ich die alle abgelenkt hab. Ja! Sehr gut! Ah, nee, mit dem Klotz müssen wir hochklettern. Aha! Hä? Jaaa! Oh nein! Lol! Wer hat mich denn so hochgekickt? Und schieß mich! Huiiii! Ey, lass mich doch! Ey, ich hab dir geholfen! Das sind gar nicht! Alter! Und jetzt nochmal Abschooooooo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, war das knapp! Okay, alles gut! Wie cool ist das? Okay, und jetzt hier hin sind? Ich bin genau reingeflogen! Und auf das nächste! Hi Zombie! Oh oh! Ja, ich hab ihn! Oh Gott! Okay, jetzt! Nein! Oh Gott! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Mann! Junge, lass mich doch! Mit den fetten! Du bist selber fit! Nee, ich bin dünn! Und jetzt? Ich hab mir viele Auge! Ach da! Man muss denn nach links! Ah, da! Ja, da runter! Hier! Ja, warte mir doch aufs Zombie! Nee, nee, nee! Hä, wo? Ah, das ist nicht geschafft! Du warst doch grad vor mir! Ich bin runtergefallen! Achso! Okay, dann... Ich geh halt runter! Oh! Nein! Congrats! You didn't! You win this level! Go have a little fun! Bisschen Spaß! Dafür bin ich hier! Ja, ich auch! Gibt's da! Party! Oh! We have a little party! Oh, ja! We have a little party! Wee! 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 Okay, meine Damen und Herren! Ich würd damit sagen, wir haben's geschafft! Lasst ein Like da! Schaut bei Zombie Mordato und German Let's Play vorbei! Und habt alle jetzt noch einen traumhaften Tag! Haut rein! Ciao, ciao! Ciao!